Nice. Level 257 in WoW. Digger. Das ist Carsten. Carsten ist 14 Jahre alt. Er ist einer schweren Krankheit unterlegen. Die Online-Sucht auch Internet-Paradox genannt. Carsten hatte einen schweren Schicksalsschlag. Seine Goldfüsche wurden von der Nachbarskatze gefressen. Er nutzt das Satteln, um der Realität zu entfliehen. Carsten ist verwahrlost. Die Hygiene lässt zu wünschen übrig und die Ernährung ist öfters ausgeblieben. Er schwänzt die Schule regelmäßig, so auch heute. Was passiert wohl, wenn der PC ausfällt? Was ist das denn hier? Oh mein Gott, was ist geschehen? Spielen, ich will spielen. Dann gehe ich jetzt mal raus und mache mein neues Profilbild für Skype, während ich Pokémon Go spiele. Erstmal cool posten für die sexy Chicks. Oh scheiße, jetzt ist mein Handy heruntergefallen. Ich brauche ein neues. Bei Abhängigen ist das Verlangen nach dem Suchtmittel so groß, dass sie ohne es unberechenbar werden können. Ich will gar nicht erst wissen, was als nächstes passiert. Guten Tag, mein lieber Herr. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Haben Sie zufälligerweise ein Handy bei sich? Na aber sicher doch. Entspüren Sie es mir bitte. Wollen Sie, dass ich einen Code erstelle, um ihn zu entsperren? Umso besser. In Folge der Sucht vergaß Carsten, dass er sich in der Realität befand und schlug Rasmus nieder, der daraufhin starb. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Wegen seiner Sucht hat er sein Umfeld völlig vergessen. Vielen Dank.